Echt jetzt? Ich fühl mich beobachtet. Das ist bei mir gewesen. Jetzt ist es ein Gelb. Oh no, Gelb. Hat jemand Live-Line-Info? Warum sterben immer so viele? Ach du Scheiße. Ist der Killcool da und so niedrig in der Lobby? Hat er mir Live-Line-Info? Ich war ja eigentlich... Ich war ja dabei, zu Live-Line zu rennen, aber da wurde schon so reported. Er wurde gefunden, schwarz, oder? Ganz im Ernst, ich habe ein mega-hard-sass... Oh Gott, war es jetzt Royal oder Hannes? Scheiße. Wer war mit mir Autogradieren? Hannes war es, ne? Weil ich nicht zum Licht gelaufen bin. Hannes ist doch nicht durchgelaufen. Ich bin an der Autogradie. Ich bin da auch meistens nicht zum Licht. Bei den Kids... Ich habe auch den Bogen, den du gelaufen hast, das war halt sehr merkwürdig. Hatte man die anderen Leichen gesehen? Ja, ich bin halt vom Baumraum gekommen in den O2 und bin nach unten rausgelaufen. Und da bin ich halt vorbei an dem Müll-Ding. Nee, nee, ich bin ja schon quasi kurz vor der Tür gewesen, von der rechten Seite her. Und du kamst quasi an der Tür lang vorbeigelaufen und dann unter mir runter. Ja, ich habe das Licht gefixt, da habe ich dann nach Security geguckt und da und nach die Leiche. Hannes steht aber jetzt mit mir am Admin-Panel. Wer? Ja, ich war halt unten in den O2, habe ihn erst mit da gekrosst, als das Licht ausgegangen ist. Ich bin dann hochgelaufen, habe noch die Tür geöffnet, habe danach das Licht gefixt. Dann habe ich rüber Security und da habe ich die Leiche gefunden. Hast du alleine gefixt? Ja. Da war sonst niemand zu sehen. Ich habe einen leichten, aber auch wirklich nur einen leichten Sass aus Ernie. Eben, überhaupt nicht. Ich war doch die ganze Zeit mit dir und Molle unterwegs. Molle war nicht mehr im Weapons gewesen und du hast so voll lange gebraucht, um die Tür zu öffnen. Ja, ich habe mich sowieso gewundert, warum die Tür zugemacht wurde. Und ich dachte tatsächlich, entweder Molle oder du, ihr killt euch gegenseitig. Auf jeden Fall einer, deswegen bin ich nochmal zurückgegangen, obwohl ich da keinen Tast Als die Türen zugegangen sind, war ich mit Hannes im Koms. Cartman, was hast du gemacht? Ich habe geskippt, weil da sieben sind und wir ja keine gute Info haben. Ja, wir haben nur 30 Sekunden und ein paar Leute haben noch keine Info gemacht. Was hat ein Royale gemacht, die Runde? Ich war am Anfang in den Specimen. Da bin ich Laps gegangen und jetzt gerade habe ich oben in den Electrical die Tür von außen aufgemacht. Also ich kam gerade rein, ich weiß es nicht. Ich habe dich aber nicht gesehen. Ich bin am Anfang in den Specimen reinlaufen sehen. Ich fühle mich so beobachtet von Molle. Ja, das stimmt. Ich habe dich beobachtet, aber dann habe ich dich leider verloren. Alter. Da werden wir vielleicht auch die Lifeline-Info noch auskennen können, wo die anderen Leichen waren. Ich bin abgefahren, dass dieses eine Ding Nemo gereicht wurde. Ich bin abgefahren, wo die anderen Leichen haben. Okay, Hannes ist es doch nicht. Aggressive Impostor sind unterwegs. So, ähm, Captain ist es. Hä? Kann man ja auch sagen, warum. Aha, okay. Ich war im Lab, Hannes ist hinter mir reingelaufen. Er ist glaube ich zur Rakete oder Bohrer ist das, genau. Dann war ich bei den Planeten, habe die Planeten gerade fertig gemacht, bin wieder nach links gelaufen und da steht Captain neben Hannes. Captain wollte gerade nach unten weglaufen. Nee, warte mal. Okay. Warte mal. Wie hast du mich bitte gesehen, wenn ich dich nicht gesehen habe? Ich bin gerade voll verwirrt. Du bist gerade eben, ich habe deinen Namen noch gesehen, wie du runtergelaufen bist. Von der Leiche aus. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin aus Office raus, habe da auch eine Molle gecrossed. Äh, bin dann ins Lab rein, in dem Moment, wo ich ins Lab reingegangen bin, ist hinter mir die Tür zugegangen, das Licht aus. Dann wollte ich den Labraum betreten, hatte dann den Report-Button und wollte schauen, wo die Leiche direkt liegt. Und dann auch reportest du und beschuldigst mich und ich beschuldige dich nicht zurück und ich bin verwirrt. Was willst du von mir? Also ich habe deinen Namen gesehen neben der Leiche, deswegen reportest du dich. Ich bin gerade erst reingekommen. Ich habe gar nichts getan. Ansonsten ist es halt ultra-angrottisch. Wo ist denn, Entschuldigung, Entschuldigung, wo ist denn der Rest bei so weit? In, so. Die Leiche ist in der Leiche von, äh. Sorry. Jani? Nein. Bitte. Wo bist du? Ich bin unten bei dem Pau unter O2. Könntest du dich mal bezeugen? Ja, irgendjemand war da auch in meiner Leiche. Äh, Royal, du, Royal, du warst da, glaube ich, ne? Du bist dann in O2 ein. Ja, ich habe erst verkackt die Tür aufzumachen. Ich habe das gesehen und ich habe mich ein bisschen von dir ferngehalten bei Verdacht und so. Also es ist ja nur ein Kill gefallen, oder? Ich glaube, das ist jetzt die Zeitverschwendung, weil der Kill ist wirklich, der ist zwei, drei Sekunden alt, nicht älter, und wenn der im Bohrer ist. Der ist nicht im Bohrer. Also entweder Cartman oder Captain, einer von beiden. Der ist nicht im Bohrer. Nein, Hannes ist vorhin zum Bohrer gelaufen. Jetzt ist er nicht beim Bohrer, jetzt müsste er da entweder beim Schalter gewesen sein oder bei der Temperatur. Oder halt jemand, der es gewendet hat. Äh, Captain, kurze Frage zur letzten Runde. Warum hast du eigentlich mich gesasst und dann auch direkt gewotet eigentlich? Ich habe geskript. Ich habe geskript. Ich habe dich nicht gewotet. Ich habe geskript. Alles klar. Und das Ding ist, ich denke, dass Cartman den Kill gemacht hat, weil er das so akribisch auf mich schieben will. Was gefühlt alle machen. Ja, ich habe halt deinen Namen gesehen. Ja, ich habe aber dich nicht gesehen. Und du schiebst das so voll hart auf mich. Och, Leute! Öff, öff. Ja, Chi-Chi, Imposter, ihr habt gewonnen. Also wenn, dann ist es halt einfach nur Anlacken. Nee, ich glaube, ich bleibe nur noch in einer Ecke stehen. Ey, es tut mir wirklich leid für dich, ne? Glaubst du gar nicht. Oh Mann, ist das blöd. Bleib legit nur noch in einer Ecke stehen. Ja, das ist halt genau in der Dicherei. Du hast halt nur wieder genau zur falschen Zeit am falschen Ort. Es ist auch fies, dass die Leute das so ausnutzen. Aber es ist auch fies, dass du das ausnutzt. Ist der zweite, ähm... Sind denn überhaupt alle Spieler jetzt gedefft? Ja, sehr schlecht. Wer ist der zweite? Äh, die müssten alle gemütet sein. Ich kenne nur einen. Ja, wen kennst du? Cartman. Ja, ich sag noch, das ist Cartman. Aha. Und ich werde gevotet. Ey, Cartman, du kannst das doch nicht mit dem armen Käpt'n tun. Was hat das vergessen? Aber Cartman hat einfach nur, glaube ich, einen schlechten Kill gemacht. Dann ist Käpt'n reingekommen, halt. Das Ding ist... Nein, das Ding ist... Ich hab Käpt'n geglaubt, bei Slaver hab ich ja mit ihr letzte Runde abgezogen. Dass ich dachte, okay, Käpt'n redet grad keinen Stoß, Cartman ist es.